Ich bin auf deinem Kopf. Ich denke auch deinem Kopf. Bist du ein bisschen früher? Oh nee, doch nicht. Ich bin so lustig. Das geht ja wie viel los! Wir haben verarscht. Nein, wir haben 0-0-0. Es ist auf jeden Fall 0 Uhr jetzt. Das Fett ist so lustig. Jeder Film ist jetzt einfach nicht passiert. Wovor haben wir denn? Ja, wir haben schon 0 Uhr 1 oder so. Wir haben vergessen, wir haben vergessen. Alter. Wir haben einfach nur 0 Uhr. Selbst entsiegen. Wir wollen den Leuten ein für alle Mal Lektion verteilen, dass sie hier nie wieder hinkommen. Also ich hab gedacht, dass es krass wird. Aber das wird nicht. Heftig. Wir fährt ein Boot, wo Leute drauf und Dinge schwingen. Die rasten komplett aus am Boot. Ich hab's ja von Anfang an befürchtet, dass hier nichts ist. Super. Ey, so geil. Was ein geiles Silvester. So, wir waren zu Silvester am Bund. Wo ungefähr 5 Millionen Leute waren. Mega geil. Mega geil. Und es war einfach gar nichts hier. Es waren wirklich so geschätzt 5 Millionen Leute hier. Und es ist einfach nichts passiert zum Jahreswechsel. Wir sind jetzt am Weg zurück zum Hostel. So wie ungefähr alle anderen hier. So, 1. Januar ein bisschen Donning Walking. Viel Sport. Das ist auf jeden Fall die Trendsportart des Jahres. 1. Jeden. In Wherever die sind voll sie auf die Kabuk violence gegangen. So in Wish Quarter Có sistern! Das war sehr illuminativ. So, dass nicht so So, wir befinden uns heute in Hangzhou, das ist eine 10-Millionen-Stadt in der Nähe von Shanghai ungefähr eine Stunde außerhalb und die haben halt mitten in der Stadt den Westlake und wir sind am Weg einmal um Westlake rum, gucken uns das Ganze so ein bisschen an, soll einer der schönsten Orte Chinas sein. So, wir befinden uns heute in Hangzhou. So, wir befinden uns heute in Hangzhou. So, wir sitzen jetzt im Zug am Rückweg nach Shanghai von Hangzhou. Es war wirklich schön, einen Kontrast zu sehen zur Großstadt, ein bisschen traditionelle Tempelanlagen und alte Gebäude. Aber der Tag war leider ein bisschen verregnet, aber wir haben trotzdem das Beste gemacht und ist auf jeden Fall ein Tagesausflug wert. So, wir sind heute in Disneyland und die erste Attraktion, wenn wir draufgehen, ist einfach eine Wasserbahn. Also, wir wussten nicht ganz genau, dass es eine Wasserbahn ist und dann haben plötzlich alle Chinesen einen Poncho rausgeholt. Und wir stehen einfach hier komplett ohne normalen Klamotten. Also, mal gucken, wie nass das wird. Nicht drehen, nicht drehen! Stopp! Nein, nein, nein! Nein, nein! Nein, nein, nein! Nein, nein! This knife has a straight edge on it, so it's very easy to live in our world here, to live a happy little mountain. Ohhhh oh oh.. ... is a reptilian field going on... ... lastly... ... aha... ... for you can hear me how forever... ... all... ! This thing went wild, soera! ... Das war's für heute. Oh, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Das war's für heute. Heute ist unser letzter Tag in Shanghai. Wir haben heute nochmal einen Tagesausflug gemacht. Wir sind mit dem Zug nach Suzhou gefahren. Das ist ein bisschen außerhalb. Wir sind hier gerade im traditionellen Garten und gucken uns ein bisschen um. Aber das Wetter spielt ja nicht ganz so mit, aber es ist trotzdem schön hier. Bis zum nächsten Mal. So, wir sind am Weg zurück nach Shanghai. Wir haben den Tagesausflug geschafft. Also war auf jeden Fall ein Ausflug wert nach Suzhou. Da gibt es zahlreiche Gärten und auch ein, zwei Tempel haben wir besucht. Es hat leider geregnet, aber wir haben trotzdem das Beste daraus gemacht. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.